ELO präsentiert die Premium-Top-Serie ELO Multilayer. Mit diesen formschönen und eleganten Produkten erleben Sie ein völlig neues Kocherlebnis. Durch den Einsatz der innovativen Mehrschichtentechnologie garen Ihre Speisen schnell und perfekt. In einer Symphonie aus extrem wärmeleitendem Aluminium und unverwüstlichem Edelstahl wird der ELO Multilayer in drei perfekt aufeinander abgestimmten Schichten untrennbar zusammengefügt. Ohne Ecken, ohne Kanten, glatt wie aus einem Guss. Das spezielle Dreischichten-Akkuterm-Speichersystem der ELO Multilayer Produkte leitet und speichert die Energie bis zum Rand. Die Hitze wird schnell und gleichmäßig im gesamten Topf verteilt. Einfache Töpfe verfügen nur über eine unregelmäßige Wärmeverteilung. Die ELO Multilayer Produkte dagegen verteilen die Wärme durch das Dreischichten-Akkuterm-Speichersystem gleichmäßig und schnell bis zum Rand. Die formschönen Griffe aus Kaltmetall bleiben angenehm kühl. Sie können sich nicht verbrennen. Gutes Öl ist ein gesunder Geschmacksträger. Schon wenige Tropfen reichen zur Verfeinerung Ihrer Speisen aus. Geben Sie Ihr Steak in die gleichmäßig erhitzte Pfanne. Es brät kross an und löst sich durch die perfekte Temperaturentfaltung nach kurzer Zeit von ganz alleine. Selbst Fisch gelingt Ihnen perfekt. Er gart gleichmäßig und löst sich von alleine. Wenden kein Problem. Die ELO Multilayer Töpfe und Pfannen sind bestens geeignet für alle Herdarten. Elektro-, Gas- und Induktion. ELO Multilayer. Die ELO Premium-Serie für alle, die Wert legen auf elegantes Design und harmonische Formen. Das perfekte Garen in der modernen Küche. Gesund und lecker. ELO Multilayer. Der perfekte Topf für die perfekte Handhabung. Mit praktischer Literskala im Topfinneren. Schüttrand für kleckerfreies Ausgießen. Durch die runde Form bestens geeignet für das Anrühren mit dem Schneebesen. Ihre Küchenhelfer schmiegen sich perfekt an. Selbstverständlich Backofenfest zum Garen und Gratinieren. Diese hochwertige ELO Premium-Serie ELO Multilayer erhalten Sie mit 6 Jahren Qualitätsgarantie. ELO Multilayer wurde vielfach ausgezeichnet und erhielt internationale renommierte Preise. ELO. Ausgezeichnet als innovativste Marke 2012 und 2013. Wir wünschen einen guten Appetit!